Mafia Jedes mal Jedes verdammte mal Na verdammt Ein Kopf an Kopf brennen in die Führung Der Erste rast in seine zweite Runde Wer braucht Meiji dann? Dein Ersatz ist er Neuzugang von Angelo ist immer noch an der Spitze Kann er die Führung halten? Angelo ist noch an der Spitze Kann er die Führung halten? Was ist mit dem Europäer? Ja, der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, der Sammenschwein. Mit vollen Taschen feiert es sich halt am besten. Ich muss morgen eigentlich früher aus. Ach, egal. EGAL! Komm her! Du tauchst hier nicht! Komm! Er ist die anderen Versager und dann holen wir ihn! Mach sie alle! Das hätte ich letzte Nacht erleben sollen! Schön wie ein schnitt des Brustw Kenya-Pastlen! Hey, der Kanzler drühter Appen! zämlicher bastard hat sich selbst zerlegt ok davon erholen sie sich nicht mehr nein 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 warte bitte ich will nicht sterben kein mitleid für diese tiere ja würde dich doch auch ausknipsen du musst sofort abdrücken das ist ja sowieso schon platt du bist spät das essen ist kalt arbeit du bist spät du bist spät okay wir sind hier zu hause warum versteht ihr das nicht wo ist der schütze ich will nicht wo ist der verdammte schütze wo ist der du bist 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 Denk dran, sag dem Wachmann, dass er die Waffe fallen lassen soll. Verstanden? A few inches later. Das rutscht! Lebendig sein. Efters Schritt zum Schwachstank, sind die Waffe stillet. Das ist das erste Mal. Das ist die Zeit, bis sich die Waffe natürliche Gewande bauen. Aber dann sehen wir euch nicht. Jesus wird nicht mehr so viel überlegen. Das ist ein Traum. Ansonsten schlussieren die Musik. Das ist für einen Traum. Das Bedeut einsteigt. Das ist für einen Traum. Der Verdammat. Das geht. Hey, heilige Scheiße! Hallo, wir brauchen Hilfe! Verletzte Person in Holbrooke, Streife in der Gegend, findet den Fahrer. Neue Böge Terrenmann! Verletzte Person in Holbrooke! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Hurra. Das war's für heute. Was? Das war's für heute. Das war's für heute. I want you a rapist. Amy, why? Bye. 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 NKD Spasti Ja, da kehr ich den raus. Ja, geht ja nicht. Der andere das ja auch noch hört. Das ist das, was ich meinte, du musst eine einbeutelte Mehrheit haben. Und es wocht jetzt auch keiner. Also... Find him, you get access. Tiers, ich lande immer auf dem Dach. Finde Spaß. Ja, ja. Überhaupt nicht auffällig, gell? Oh, ich bin gleich tot. Ich starb. Ja, bin tot. Maaan! Kein Moment, das geht weiter. Aber hier keine Leben drauf sind, was ein Online Lobby ist. Läuft. Alter! Alter! Der Hebel ist abgestützt. Der Hebel ist abgestützt. Wir machen das. Wenn wir kommen wir da sind. Das ist ein Exo. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade langfahre. Ich sag das so. Da bin ich hingefahren, als ich zu Toni wollte. Überall geht's lang, aber auch doch nicht. Warum stimmt mein Auto? Moment, hier können wir... Nee, hier können wir nicht abkürzen. Okay. Ja, fahr einfach hier dann die Straße dort an. Ah, du fucking asshole! Hab ich den gut rausgeschossen, was meinst du? Ja. Äh. Das ist meine Frau. Achso. Ich hab mal auf der Karte gesehen, dass da einer ist. Ich nehm schwarz. Ich nehm den blauen. Ich nehm den pink. Äh. Oh Gott, was ist das? Oh Gott, was ist das? Okay, der grüne ist dann noch toll. Jetzt heißt es... Alter! Jetzt heißt es aber... Jetzt heißt es aber... Fuck! Volle Pulle Farms. Was ist denn das für ein Huren-MPC? Oh Gott, mach die Scheiße auf! Was willst du? Okay, ich bin so... Oh mein Gott, ich bin falsch gefahren. Das Ding ist, wir müssen das dann gleich hochfahren. Das ist das nächste. Was ist der? Okay, ich mach meins einfach schwarz. So. Okay. Gott, alter. Er hört du diese Explosion. Oh, der fliegt da. Nein, tust nicht! Hinter mir ist ein Heli. Ja, okay. Der Heli schießt auch auf mich. Alter! Okay, warte. Ich hole Raketen ab. Er weiß es mir. Wo ist der? Der hat abgestiegen. Er hat abgestiegen. Ja, bekriegen wir uns hier. Wo müssen wir denn? Martin, sein Heli ist abgestürzt. Warte mal, der ist hier am unter dem Straßenende gespawnt. Ja, egal. Weiter. Die Autos sind weg. Der Snoop-Bike kommt, glaub ich. Hurensohn ist da. Mein Auto steht scheiße. Komm mal schnell auf die Map, wo der ist. Mach mal, mach mal. Ghoste uns mal die kurze Zeit. Wurde auf alle Fälle schon wieder betroffen, na. Gut, ist geghostet. Also ein Auto haben wir schon mal nicht, ja? Einen Instant Headshot verpasst. Nein! Ein Wagen ist hinüber. Ja, sag ich ja. Ein Auto weniger. Aber ich glaub, solange wir mehr als zwei haben, ist es okay. Ab, ne? Noob-Bike. Kann der auch richtig hochfliegen, ne? Ja, kann er. Nein, das ist nur Schwebemodus. Ja, das richtig hochfliegen wird noch freigeschaltet. Das Stück für Stück, wie das hier gerade eben mit den Schweben. Kotflügel. Ich nehme an, das nächste Ziel, was jetzt kommen wird, ist in der Luft. Oh, wie vorhersehbar. Wow, Roxa. Hast du dir viel Mühe gegeben? Das ist possible, Alter. Boah, bin ich überzeugt davon. Nicht. Oh, oh, geschafft. Was, ja. Wie ist'n die? Ich höre hier nur Explosion, Moment. Ein Foul. Hi. Meine Frage, was schießt die? Keine Ahnung. Danke. Ich habe noch Ballett vor ihm. Hi. Hi. Kannst. Danke. Paul, komm, lass Ballett machen. Hi. Oh, warte. Warte, warte. Mach mal weiter. Ich versuche mal Schnauze an Schnauze zuzukommen. zu kommen ach mein fehler oh war das gut wie komme ich jetzt wieder aus dem Wasser raus einfach rausfahren und dann X wie auch sonst komm schon nie raus ja fahren hier bei mir oder so weiß ja nicht wo du bist ah da vorne ist jetzt ein Wehpunkt komm mit alter ist das weit weg für uns ein Katzensprung mehr bleiben und das hebt ab und du musst hochfliegen und du musst bei ihm bleiben na dann auch abschießen safe Tony, Alter bin komplett zum Rausfahren fahr doch einfach so lang am Meer entlang bis du irgendwo rausfahren kannst oh Burning Hearts, Tony hier ist eine fette große Maschine hier oh Paul, es hat geknappt hast du es gesehen? das hat geknappt hast du da rüber geflogen Moment, sonst muss ich aufspielen da bin ich jetzt gespannt da kommt gleich Verstärkung da kommt gleich Verstärkung ich bin dran ja, ich bin dran ja, ich hab auch schon ein Haar mit Hitler gedrückt übrigens mit linker Steuern kannst du auch hochziehen ne, nur mal so das ist angenehm oh Gott 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 was sei du Reds oder ein Pilot ich seh die, ich seh die Piloten ja ich bin drauf ich fahr mit ich bin auch nein ich hab's gerettet da kommen hochkauber das ist da kommt drei hofkauber okay ein hab ich nicht was ist signal trennt das war erstaunen gewesen okay dann muss ich ich kann nicht einer von euch muss ich bin ich genug waren brenn halt schon das ist echt du wichser warum komme ich auf mich wird geschossen von den jungs der heli ist gerade direkt ein zentimeter vorbei geflogen der zerstört mich gerade ich bin arme dingleiter ok das fliegt schon runter ja das war's jetzt kommt besser ok jungs hi warte schon auf euch aus müssen wir ins parkhaus ja glaubst du war aufs parkhaus um drauf drauf ja ja nicht ganz oh mein gott ich habe eingeparkt guck dir das an ich bin hier gelandet ich kann mich auch nicht mehr bewegen oben auf dem parkhausdach welche etage seid ihr ganz oben deck ich kann mich auch nicht mehr bewegen ja weil ihr warten müsst bis alle anderen da sind wer ist das mit dem heli bald der name war xx doraemon ne ja warte wer ist ich hab mir ausgewählt ich seh da auch ja ich hab ne soll ich ja er macht gerade unter ne brücke ja genau der ist jetzt unter der brücke ah abbruch er fährt wieder zurück Hurensohn bekommt man das mit dem man anvisiert wird selbst ja hups ja und mit ran da alle machen alter ich habe ich nicht gesehen so sorry ist das gemein was ich mache ok warte da ist hinter dem habe ich hinter der kache weg da liegt da ich glaube das mit sneaky hat sich damit gegessen an nein ich hoffe nachher wir müssen jetzt in das ding rein ich hoffe jetzt backt es nicht rum und ich kann in den ding rein fahren laufen alle mitkommen jeder darf ein auto haben ich komme wieder nicht rein siehst du das ich fahre mal mit dem auto ein moment oder einer von euch alle gucke mal voraus siehst du das ich habe eine idee wie ich die macht bleibt einfach mal hier stehen und fertig ist kein kommentar es wird nicht wir fahren auf die andere seite spülen wir so jungs ich hau dann ab tschüss gute nacht tony morgen früher ja 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 das war im takt mit ich habe ein ich habe ein ja passt auf okay das war sogar für mich zu knapp weißt du was du bist ja im auto ich bin perfekt gelandet ich bin perfekt gelandet oh pfeiler nein wenn wir uns was gelandet werden die mission zu ende